Am Fraunhofer ISC haben wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen der FAU Erlangen-Nürnberg ein neuartiges Indikatorsystem entwickelt, um Wasserstoff sicher, schnell und einfach sichtbar zu machen. Dieser Indikator besteht aus einem mikroskaligen, partikulären Pulver, der bei Kontakt mit Wasserstoff seine Farbe ändert. Im Ausgangszustand ist unser Pulver violett. Sobald Wasserstoff in das Röhrchen eindringt, erfolgt eine Farbänderung in Echtzeit zu pink und wird dann farblos. Sobald die Wasserstoffzufuhr ausgeschalten ist, wird das Pulver wieder pinkfarben. Somit ist es möglich, nicht nur eine akute Wasserstoffleckage zu identifizieren, sondern auch Leckagen dem ausgeschalteten Zustand einer Anlage anzuzeigen. Gelächter